Oh, wie geht's dir, Chivak? Okay? Oh, du bist schwer, oder? Kein Wunder, dass sie dich einen Ranger gemacht haben. Du hast dich! Ja, das stimmt, aber ich hab immer noch keine Munition, du Assi. Folle mich, nicht stoppen! Äh, ich möchte aber Munition erstmal, bitte. Da liegt nämlich noch ein Dossier. Reich, Eintrag 1. Der Schwarze war hier. Im Konzentrationslager des Reiches. Aber er ist schon lange weg. Tja, das bedeutet, dass ich ihm folgen muss. Der Auftrag von Müller steht noch immer. Ich werde den Schwarzen finden. Und dann werde ich entscheiden, was zu tun ist. Wenn der Faschistenarsch die Wahrheit gesagt hat, und die Kreatur wirklich an Händler der Hanse verkauft hat, kann der Schwarze jetzt überall sein. Die Hanse besetzt die Ringlinie der Moskauer Metro und ist ein Bündnis aus Handelsstationen. Da fahren noch immer die ganz normalen Güterzüge und Passagierkarawanen. Der Schwarze könnte es innerhalb eines Tages zur anderen Seite der Metro geschafft haben. Vielleicht habe ich seine Spur schon verloren. Ich weiß nicht, wie der Schwarze Folter und Hinrichtung entgangen ist. Die Faschisten hängen die Leute normalerweise schon, wenn ihre Köpfe die falsche Form hatten. Eine Kreatur wie der Schwarze sollten sie also für die Verkörperung des Bösen und der Korruption halten. Ich habe es ein bisschen verantwortlich ausgedrückt. Ich möchte nicht da hoch ehrlich gesagt. Ah, steht natürlich still. Kreatur ist die neue子. Ich melde für die Auswahl mehrانberfläche. Ja Magic, Alter, mir gefällt das nicht hier durchzulaufen. Warum hast du ihn nicht einfach erschossen? Oh, äh. Gutes menschliches Schutzschild, Asi. Ich bin fast tot übrigens. Gib mir die Knarre. Gib mir einfach die Knarre. Er verschießt Militär-Munition, glaube ich. Er schießt ihn lieber. Das ist besser als das, was die mit ihm machen. Ich hab keine Munition, du Assi. Ich hätte ihn nur noch erschossen. Weil das, was er hier kriegen wird, ist nicht besser. Sauberer Gefängnisausbruch. Wir haben das Unmögliche weggezogen. Jetzt muss ich dem Ordner informieren, dass der dunkle eine missing ist. Das bedeutet, dass ich meine Mission verfolgen habe. Aber jetzt, wenn er in der Metro ist, werde ich ihn alleine finden. Ich muss nach der nearest Neutral-Station gehen und dann nach Polis. Der Ordner-HQ. Pavel wird mir den Weg zeigen. Ich glaube nicht, dass Pavel uns den Weg zeigen wird. Ich vertraue Pavel nicht. Er ist ein Roter. Auch wenn er gerade gute Arbeit mit uns geleistet hat. Ich vertraue ihm nicht. Ähm... Ja, machen wir weiter. Okay, sieht aus wie wir sie verloren haben. Dann wäre es besser, Harry, zum Theater. Es gibt nicht mehr, woanders zu gehen. Ich komme mal ganz kurz nach. Das könnt ihr gerade nicht sehen, was das für eine Errungenschaft war. Sauberer Gefängnisausbruch. Fliehen Sie vor den verfolgenden Faschisten im Level Reich, ohne auch nur einmal erwischt zu werden. Hat geklappt, zum Glück. Dann haben wir noch erreicht Veteran. Wählen Sie drei Hauptwaffen aus, die unterschiedliche Munition benötigen. Das war mehr Zufall. Und wir haben noch eine erreicht. Und zwar haben wir noch erreicht... Kaninchen. Bringen Sie die Ausbildung zu Ende. Danke. Ja, ist ganz toll. Wir haben es inzwischen 8.17 Uhr. Und, dann machen wir da. Ach nein, nicht dein Ernst jetzt. Ich bin immer vorsichtig, Junge. Ich bin immer vorsichtig, Junge. Habe ich? Natürlich habe ich das behalten. Danke, endlich. Ohne Scheiß. Ich weiß, ich habe extrem viel Munition verschwendet. Ich bin immer gerade. Oh, ich habe meine Taschenlabor irgendwie wiedergekriegt. Cool. Hier, Freundin. Hier, ich habe meine Taschenlabor. Ich habe den Okay, warte hier, während ich hier rieche. Look around! Sie! Hey! Attua, get off him! Achtung, get off him! Achtung, get off him! Achtung! Achtung, ninn. Let's take him to the guard post! And what if this fuck is not alone? Achtung, second guard post! Check your sector of the tunnel. We caught a rat in the vents here! Stay sharp, there might be more! Roger, checking up. Over. Ich habe nur noch 5 Schuss. Ich werde versuchen die beiden mit Wurfmesser auszuschalten. Ich werde jetzt nicht mehr mit Wurfmesser auszuschalten. Es war nur meine Erinnerung. ... ... Was bist du? Die ist nicht schall gedämmt. Ich glaube ich hätte die ganze Zeit schon Waffen aufheben können. Aber, da das ja nicht mehr so einfach ist, weil ich nicht sehe, wenn irgendwo Waffen sind. Ah, ich habe wieder Munition gefunden zum Glück. Das ist ja so. Wenn du es hier in deinem Land verletzt, dann kannst du es nicht mehr so einfach sein. Das ist ja so. Ach, das ist ja so. Noch nicht. Was ich bei dem? Das war, ich bin. Ich kann uns an ganz seltsamen Stellen übrigens sehen. Also wie ich das sehe ist da oben einer, da ist einer und da ist einer. Das verworfene Wurfmesser hätte ich auch gerne wieder. Nein, okay. Das Toil kriegen wir nicht kaputt. Dass man jetzt an der Uhr sieht, wie gut man gesehen wird, ist geil, aber halt unrealistisch. Das Problem ist, dass da oben zwei sind, sonst hätte ich den schon längst erledigt. Und ich nicht weiß, ob da unten noch mehr drin sind. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Komm her! Das ist so. Fick! Gut, das laden wir nochmal. Jetzt nochmal verkacke lauf ich aber durch, weil das ist echt zu viel Sneaky. Oh Gott. Was? So wach! Fick mich doch! Okay, mit so weit hatte ich nicht gerechnet. Wir müssen mehr Gebrauch vom Revolver doch machen. Okay, unten drin sind drei, da komme ich nicht durch. Ein kommunistischer Rat gefunden in unseren Tunneln. Er ist nicht derjenige, den ich mich überraschend bin. Genau. Wer weiß, wie viele von diesen Bastards in den Schatten stecken? All das ich weiß, ist, dass wir sie besser finden. Siehst du nichts? Eine Roggenschaft freigeschaltet. Schatten? Das ist die Bastard, genau. Sehr gut. Den hier vorne können wir noch relativ einfach ausloggen. Ach, das war der da im Kran. Sonst hätten wir den gar nicht in der Bagger gehabt. Ach nee, das ist der da. Oder ich weiß es nicht. Gehen wir zum Wiskotten. Deutlich einfacher wollte ich sagen. Aber jetzt fährt dieser Scheiß viel hoch. Das war schon mal gedacht, ja. Wir haben ihn nicht gesehen. Wir glauben nur. Okay, sie haben es doch gemerkt. Bleib tot, du Bastard. Habe ich Heal? Ich habe keinen Heal, fuck. Und ich habe auch nicht so viel Moon eigentlich. Natürlich. Stirb doch. Jetzt habe ich Heal. Jetzt habe ich Heal. Okay, perfekt. Der mich nicht komplett full healt. Ich werde hierfür jetzt auch noch einen Chief mitgegeben. Aber, da hatte ich nicht so viel Wahl mehr. Am Ende. Da liegt ein Schlüssel. Die sehen immer noch genauso aus. Das war gerade mein Handy. Das tut mir leid. Wir haben auch schon wieder 14 Minuten. Warten. Goddammit. Oh, Gott. Ja, bitte. Endlich. Mit Munition, Alter. Ich tappe erstmal hier unten durch, bin mal voll geladen hoffentlich. Ja, danke, dass ich die wenigstens voll laden kann, Alter. Ich hätte wahrscheinlich wirklich leise hier durchgehen können. Die will ich haben. Das ist eine Automatikpistole, glaube ich. Ich will meine behalten. Vor allem weiß ich nicht, was die für Munition verschießt. Also schätzungsweise verschießt die ganze Standardmission. Die Station ist irgendwie leer. Ich habe weniger schallgedämpfte Munition, das habe ich jetzt mit der geschossen. Gut, ein bisschen Munition eingesammelt. Okay, ich habe jetzt keine Lust, auch noch drauf zu schießen. Ah, da ist ein Buch. Trennung. Ja, weil die Menschen halt dämlich sind. Achtung! Halt eure Kräfte! Reinforcements sind auf der Weg! Reinforcements heißt vermutlich in dem Fall... Oh, das wird... Jetzt wird raus. Das ist, was mir kommt. Okay, leid, füse uns. Schau mal. Ich füge mich für den 1. Ich füge mich. Ich füge mich! Wir gucken uns, das Boulevard etwas. Die können ja nicht wissen, dass ich kein Kommunist bin. Den letzten unten habe ich leider zu spät gewusst, wo der ist. Und deshalb auch zu spät weggehauen. Ich gehe wieder in den Arkaden. Die Karne? Haben die so schlecht ausgestattet, Alter? Ich habe echt keine guten Waffen. Muss ich mal kurz feststellen. Nein, die haben bestimmt noch Waffen für mich. Wieso komme ich denn nicht dahin zurück? Okay, komme ich doch. Danke. Danke. Assis. Den hätte ich glaube ich auch nicht gelootet. Perfekt. Keine Ahnung. Das hier sieht aus wie eine Schmelzerei hier unten. Keine Ahnung, was die für Waffen hatten. Der hat jedenfalls Dreckswaffen. Wenn ich mir das so angucke hier. Die haben hier irgendwie alle richtig krasse Dreckswaffen. Oh, ich würde sagen, wir gehen hier raus. Okay. Sagen wir, bitte ist er nicht gespeichert. Was? Ich verabschiede, du hörst? Danke. Ich verabschiede. Lass die Bigwigs weg. Schau sie raus. Ich habe ihn auf. Okay. Gut, da kann doch kein Mensch wissen, dass man den nicht ummeigen darf. What the fuck? Trennung in Frag 2. Einen Begleiter wie Pavel zu haben, erleichtert mich sehr. Es scheint, dass er schon einmal hier gewesen ist. Und die Absonderlichkeiten des Reichs überraschen ihn nicht. Ich wünschte, ich wüsste auf welche Art Einsatz er ist. Aber ich finde nicht den richtigen Augenblick für ein Gespräch. Pavel schien vorher zu wissen, dass das Reich sich für einen Krieg rüstet. Während das für mich eine Enthüllung war. In der Metro kursieren bereits Geschichten über die Vorratslager, die wir in D6 gefunden haben. Der Orden hat nicht vor, den Fund an sich zu raffen. Aber uns geht die Zeit aus, das zu erklären. Das Reich geht dem Orden schon fast an die Kehle und versucht die Kammer einzunehmen. Was wird also passieren, wenn die Rote Linie und die Hanse von dem Bunker erfahren? Das ist also der Krieg, von dem Miller sprach. Ja. Und damit würde ich sagen, hoffe ich, man sieht sich im nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss. Das Projekt kommt täglich.